Was sind die fünf Zeichen, die dir zeigen, ob du ein Starseed bist? Darum geht es heute und ich heiße dich von ganzem Herzen willkommen. Und wenn du dich fragst, was bedeutet dieser Begriff Starseed eigentlich? Starseed heißt übersetzt Sternensaat. Und damit bezeichnet man menschenähnliche Wesen, die in einem anderen Sternensystem zu Hause sind. Unsere Sternengeschwister und die mit uns in einer engen Verbindung stehen. Typische Starseeds sind zum Beispiel die Plejada, die Sirianer, die Wesen vom Orionsternensystem, die Arcturianer, die Luraner und die Veganer und viele mehr. Und man bezieht sich sozusagen über diese Namen auf einen bestimmten Bereich, Ort in unserer Galaxie, wo diese Sternenvölker zu Hause sind und ihre Wurzeln haben. Wobei das wirklich sehr, sehr weit gefasst ist, denn allein in den Plejaden gibt es weit über 200 bewohnte Planeten mit ganz unterschiedlichen Sternenvölkern darauf, die alle zum Überbegriff, zum Sammerbegriff der Plejada gehören. Und viele Menschen hier auf der Erde haben eine sehr enge Verbindung zu ihnen und sind somit eine Art von inkarnierten Starseeds. Und darum geht es heute, ob du einer von ihnen bist. Begegnungen mit Sternenwesen sind etwas absolut Faszinierendes. Sie erscheinen uns sogar oftmals ähnlich wie Engel, weil sie so hochschwingend sind und nicht unbedingt einen physischen Körper in der Art und Weise haben, wie wir Körper haben. Wenn dich das übrigens interessiert, ich habe ein Kartenset entwickelt, wo du die wichtigsten Sternenvölker kennenlernen kannst, wo du einzelne Karten anschauen kannst, um sie dir einfach bewusster zu machen, wie sie aussehen, was für eine Energie sie haben, wie du dich mit ihnen verbinden kannst, zum Beispiel die Anunnaki und viele andere Wesen, die es dort gibt und mit denen du dich verbinden kannst. Und ich werde noch ganz viele Videos machen über all diese unterschiedlichen Energien und wie ich diese Wesen wahrnehme. Und deswegen abonniere unbedingt meinen YouTube-Kanal. Und ich teile bereits jetzt in meiner Herzens-Community ganz viele Botschaften und Channelings. Meine Herzens-Community ist eine Mitgliedschaft, die über zwölf Monate geht. Wenn dich das interessiert und du enger mit mir und meiner Energie und meinen Informationen dich verbinden willst, dann melde dich gerne dafür an. Alle Informationen zum Kartendeck, zu meiner Herzens-Community findest du direkt unter dem Video. Aber jetzt, was sind die fünf Zeichen, die dir zeigen, ob du ein Starseed bist? Und nach diesen fünf Zeichen spreche ich noch über eine ganz, ganz wichtige Sache. Erstens, ein Starseed ist hier auf der Erde mit einer ganz besonderen Mission. Und zwar ist er Botschafter, Botschafter zwischen den Welten, zwischen dem Universum und einem größeren Bewusstseinsfeld und der Erde. Und er trägt in sich meistens noch Erinnerungen, die er sehr leicht aktivieren kann. Erinnerungen an Leben in anderen Sternenvölkern. Und diese Erinnerungen aktivieren sich meist, wenn es um das Thema Starseed geht. Wenn das Thema Starseed in ihr Leben kommt, zum Beispiel über ein Video oder auch Bilder von außerirdischen Sternenwesen, wo diese Energie, diese besondere Energie, die sie haben, besonders gut zum Ausdruck kommt. Oder wenn sie ein Channeling hören. Oder wenn sie vielleicht Bücher lesen über die Plejader, die Syrianer und vieles mehr. Allein schon dieser Begriff Starseeds oder Sternengeschwister, Sternenwesen, kann bei ihnen ihre Energie höher schwingen lassen. Vielleicht hast du den Film Avatar gesehen. Es gibt ja inzwischen Film 1 und Film 2. Und dieser Film hat ganz viel dazu beigetragen, dass diese Starseeds Erinnerungen in vielen geweckt wurden. Denn dort in diesen Bildern und in diesem Film kommen diese Energien ganz stark zum Ausdruck. Und das geht wieder in Resonanz mit deinen eigenen Sternen, Starseed, DNA, Genen, die du in dir trägst. Und mach dir bewusst, da gibt es etwas Größeres. Etwas, was mit dir ganz stark in Resonanz geht. Was gelebt werden will. Wo du spürst, da gibt es eine ganz tiefe Wahrheit. Und wenn du diese Faszination in dir spürst und merkst, du gehst in Resonanz mit all den Informationen, die es dort gibt über Starseeds und dich interessiert das über UFOs und Berichte über Begegnungen mit Außerirdischen oder Kartensets über Starseeds oder was auch immer. Oder eben diese hochschwingenden Channelings. Wenn du damit in Resonanz gehst und merkst, das erhöht deine Frequenz. Du fühlst dich plötzlich besser und anders. Es aktiviert etwas in dir. Dann kann ich dir versprechen, bis du ein Starseed. Und das bedeutet, dass ein gewisser Trigger innerhalb deiner DNA sich aktiviert. Nämlich dein Starseed-Potenzial. Das zweite Merkmal, ob du ein Starseed bist. Starseeds wirken oft ein bisschen exotisch. Sie wirken oftmals ein bisschen außerirdisch. Anders. Man kann es spüren. Meine frühere Lehrerin, Marie Neal, wenn die in den Raum betreten hat, ich konnte sie unterschiedlich wahrnehmen. Sie hatte keine so feste Form. Ich konnte sie ganz unterschiedlich mit meinen Fähigkeiten sehen. Auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal hat es mir fast Angst gemacht, sie in ihrer wahren Größe zu sehen. Also sie wirken oftmals, eben da kommt es darauf an, wie stark dieses Starseed-Potenzial in der Person aktiviert ist. Aber sie wirken oftmals irgendwie anders. Anders als, ich sage es jetzt einfach mal so, normale Menschen. Es kann auch sein, ihr Aussehen. Sie haben irgendetwas auch Fremdländisches in sich. Das muss ich eben jetzt nicht auf fremde Länder innerhalb der Erde beziehen, sondern in ihrer Energie ist da etwas sehr, sehr Exotisches. Sie kleiden sich vielleicht ungewöhnlich. Sie schminken sich vielleicht ungewöhnlich. Sie tragen eine irgendwie komische Frisur. Vielleicht wissen sie selber nicht mal genau warum. Und sie machen die Dinge einfach so, ohne es wirklich zu wissen. Viele von ihnen leben zurückgezogen, weil sie fühlen, dass sie anders sind. Und sie fühlen sich oftmals auch in einem physischen Körper nicht wirklich wohl. Oftmals fühlen sie sich auch, haben sie andere Proportionen, zum Beispiel einen längeren Hals oder längere Gliedmaßen. Sie wirken dann irgendwie stockelig in ihrem Körper. Nicht wirklich, als dass sie mit ihrem Körper in Verbindung wären. Auf irgendeine Art und Weise erscheinen sie außergewöhnlich. Aber das muss nicht immer so offensichtlich sein. Es kommt immer darauf an, wie stark und weiche Sternenrassen-Gene sich besonders zum Ausdruck bringen wollen. Aber ganz, ganz besonders sind oftmals ihre Augen. Sie leuchten, sie sind faszinierend. Oftmals haben Starsits auch sehr, sehr große Augen oder sehr besondere Augen, wo wir erkennen, da kommt etwas zum Ausdruck. Etwas, was vielleicht manchmal sogar so einen Aspekt fast von einem Tier hat. So etwas, wo merkwürdig ist und wo eben ganz besonders ist. Und man merkt, irgendwie ist diese andere Person nicht von dieser Welt. Und besonders bei vielen der neuen Kinder, die jetzt geboren werden, kann man das sehr, sehr deutlich erkennen. Es gibt Starsits, die sind sehr naturverbunden. Und über die Verbindung mit der Erde können sie wieder ihre eigenen Batterien aufladen, finden sie wieder zu sich selbst zurück. Und es geht ihnen besser. Weil sie sich eben oftmals so fühlen, als wären sie hier auf der Erde im falschen Film. Aber es gibt auch viele Starsits, die sind fasziniert von Zukunftstechnologien, auch von dem Film Star Wars unter Umständen oder eben solchen Filmen, die in diese Richtung gehen. Und durch diese hohen Energien, die wir jetzt hier auf der Erde erleben, aktiviert sich in ihnen dieses Starsit-Potenzial. Und viele von den Starsits, die hier auf der Erde sind, haben sich das in ihren Seelenplan geschrieben. Denn sie sind wahrlich Botschafter, Botschafter zwischen den Welten. Das dritte Merkmal für Starsits ist, sie sind Energy-Junkies. Sie sind absolut Energie, sie gehen mit Energie in Resonanz, sie sind energiefühlig. Und aufgrund ihrer Energiesensitivität nehmen sie Energien sehr stark wahr. Und wenn etwas nicht seiner natürlichen Ordnung entspricht, zum Beispiel wenn andere Menschen oder Tiere leiden, dann spüren sie das ganz bewusst. Und sie wissen, dass das nicht sein muss. Und deswegen engagieren sie sich sehr oft gerade in diesen Bereichen und helfen anderen Menschen und wollen dieses Leid auf der Erde reduzieren. Und oftmals, solange sie sich nicht ihres wahren Potenzials bewusst sind, können sie leider auch dazu neigen, dass sie sehr leicht eine Art Flucht suchen. Eine Art Flucht suchen, zum Beispiel in Drogen. Weil sie diese Energien auf der Erde also extrem schwierig und anstrengend empfinden. Weil diese Erinnerungen an andere Welten noch da ist, wo das Leben so viel einfacher und leichter geht. Wo man sich sozusagen wirklich von Luft und Liebe ernähren kann. Oftmals haben Starsits Essstörungen. Weil sie entweder total vergessen können, zu essen und Essen und Nahrung etwas isst, was sie irgendwo in sich ablehnen, generell in sich ablehnen. Und sich nicht wirklich damit wohlfühlen, etwas essen zu müssen. Aufgrund ihrer tief in ihnen liegenden Erinnerungen von feinstofflichen Leben. Oder aber auch, dass sie durch Essen versuchen, ihre innere Suche nach ihrer wahren Bestimmung, ihrer wahren Heimat und den Kontakt mit ihrer Sternenfamilie, versuchen sie zu kompensieren. Diese Suche, dieses Gefühl, dass dort etwas fehlt. Viertes Merkmal von Starsits. Starsits sind nicht nur Energy-Junkies, sondern sie lieben es, mit Energie zu arbeiten. Und sie können diese Konzepte von Quantenphysik, Metaphysik viel leichter verstehen. Denn sie spüren, das entspricht ihrer eigenen Wahrnehmung und ihrer eigenen Wahrheit. Sie interessieren sich für Telepathie, für Telekinese, für Energieheilungen, für Magie und all diese Dinge. Denn ihnen ist noch bewusst, sie leben in einem energetischen Universum und alles ist miteinander verbunden. Und dass sie selbst in Wahrheit pure Energie sind. Und dass zum Beispiel die Idee von Zeit und Raum eine Illusion ist. Sie machen oftmals in ihren Träumen oder auch Astralreisen Erfahrungen, Erfahrungen von Außerkörperlichkeit und Leben auf anderen Planeten. Das fünfte Merkmal für Starsits ist, Starsits sind angezogen von der Lichtsprache. Lichtsprache ist eine besondere Energiesprache. Du findest auf meinem YouTube-Kanal übrigens eine ganze Playlist an Channelings, wo du diese Lichtsprache entdecken kannst und sie dir anhören kannst und schauen, ob du damit in Resonanz gehst. Und Lichtsprache ist keine Sprache, wo es eine Wort-für-Wort-Übersetzung gibt, sondern Lichtsprache ist eine Energiesprache, die über das Herz verstanden wird und diese Energien auch integriert werden über das Herz. Sie umgeht sozusagen den Verstand. Es ist eine Hochfrequenzübermittlung von Informationen, von Botschaften und von Energien. Und die bringen die eigenen Starsits-Frequenzen in deiner DNA wieder in Schwingung. Und deswegen passiert ganz viel, wenn Starsits Lichtsprache hören. Oftmals erfahren sie Spontanheilungen durch die Lichtsprache, weil die Lichtsprache sie ganz tief in ihrer wahren Essenz berührt. Und sie hilft vielen Starsits, ihre aktuellen Konditionierungen, ihren eingeprägten Programmierungen sie zu durchbrechen und wieder zu ihrer wahren Kraft zurückzufinden und sich bewusst zu machen. Starsits haben es ab einem gewissen Punkt in ihrer Bewusstseinsentwicklung leichter, leichter ihre eigenen Programmierungen, die sie hier angenommen haben auf der Erde, zu erkennen und sich wieder selbst zu deprogrammieren. Nicht alle Starsits haben alle fünf Merkmale so offensichtlich. Doch durch die aktuell hohen Energien kann die Aktivierung ihrer Sternen-DNA sehr schnell gehen. Und etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir dürfen verstehen, dass wir alle in uns Starsits-Gene haben. In uns allen liegt dieses Potenzial. Doch für manche Seelen hier auf der Erde ist es nicht wirklich relevant und auch nicht gewünscht, sich darüber bewusst zu werden. Und das ist in Ordnung, denn jede Seele macht hier auf der Erde genau die Erfahrung, die für diese Seele jetzt wichtig sind in diesem Leben. Im Grunde existiert alles bereits im Hier und Jetzt. Doch Starsits werden sich darüber bewusst. Bewusst über ihre Verbindungen zu anderen Sternenvölkern. Ihre Multidimensionalität aktiviert sich in ihnen. Und sie können gleichzeitig existierende Leben in anderen Sternensystemen wahrnehmen. Und sie können sich daraus wichtige Informationen herunterladen und damit noch mehr von ihrem eigenen Starsit Potenzial aktivieren und zu leben. Und das bedeutet, sich dann auch manchmal den eigenen Ängsten und inneren Blockaden zu stellen. Aber durch diese Aktivierung und Erkennen, wer du wirklich bist, kannst du diese Ängste und Blockade leichter lösen und einen höheren Grad an Bewusstsein erreichen. Und das geschieht vor allem, wenn du ein Starsit bist, wenn du diese bewusste Einladung aussprichst. Dass du diese Verbindung wieder zu deinen Sternengeschwistern herstellen möchtest. Zu deinem multidimensionalen Leben in vielen Bereichen des Universums. Um immer mehr wahrnehmen zu können. Um was es eigentlich geht. Und dieser Grad an Bewusstsein, der erlaubt dir nicht nur deine Multidimensionalität zu leben. Sondern dieses Leben hier auf der Erde auf eine leichtere und spielerische Art und Weise zu erfahren. Weil du damit dein eigenes Seelenpotenzial dir eröffnest. Und das führt dazu, dass dein irdisches Leben hier auf der Erde glücklicher und leichter werden kann. Wenn du es erkennst und lebst. Dein Starsit-Potenzial. Und wenn du dich jetzt fragst, zu welchem Sternenvolk du bereits jetzt schon eine besonders starke Verbindung hast. Dann nutze gerne mein Kartendeck. Oder sei Teil meiner medialen Ausbildung. Wo du lernst, wie du dein Starsit-Potenzial aktivierst. Und mit deinen Sternengeschwistern dich wieder verbinden kannst. Und lernst die Lichtsprache zu sprechen. Alle Informationen unter diesem Video in der Infobox. Alles, alles Liebe. Bis bald. Bis bald.